SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch Russland Verstehen – Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wie ist es um die politische Kultur eines Landes bestellt, wenn ein Begriff wie Russland Versteher zur Ausgrenzung dient? fragt unsere heutige Autorin. Warum ignorierten deutsche Medien sogar massive Proteste ihrer Kundschaft? Warum wurde ein Kompromiss nicht rechtzeitig gesucht? Wie kann man jetzt Schlimmeres vermeiden? Frau Professor Krone-Schmalz, Sie haben sich ja über Jahre wissenschaftlich mit Freund-Feind-Bildern beschäftigt. Wann und wie sind Sie dazu gekommen? Ich bin ja die klassische Generation, die im Kalten Krieg erwachsen wurde und ich hatte dem Himmel sei Dank ein sehr weltoffenes Elternhaus. Das heißt, diese Themen waren zu Hause auf dem Tisch. Und ich war offensichtlich nicht dumm genug zu glauben, dass auf der einen Seite der Welt nur die Bösen und auf der anderen Seite nur die Guten sitzen. Und dann hatte ich das Glück, dass mein Doktorvater, mein Professor in osteuropäischer Geschichte, Professor Günther Stöckel, dass der sich intensivst mit Freund-Feind-Bildern beschäftigt hat und alle seine Doktoranden sozusagen in diese Richtung auch sanft geschoben hat. Da habe ich mich sehr gerne schieben lassen und habe dann im Gegensatz zu meinen Kommilitonen, die sich Presseerzeugnisse genommen haben, weil ich immer schon so eine Affinität zu Radio und Fernsehen hatte, habe mir dann das Schulfunkprogramm vorgenommen, um das zu untersuchen. Das ist ja interessant, dass dieses Thema Freund-Feind-Denken heute wieder so aktuell geworden ist. Hier ist eine Mail eingegangen von Peter Bär aus Erfurt. Er fragt etwas, was auch andere Hörer per Mail schon gefragt haben. Und was ich mich auch frage, nämlich wie erklärt sich Frau Grone-Schmalz die in den Hauptnachrichtensendungen einseitige Berichterstattung zur Ukraine? Das ist im Grunde genommen die komplizierteste Frage, gleich zu Beginn, weil ich denke, da spielen viele Dinge eine Rolle, die ineinander greifen und die sich irgendwo auch potenzieren. Und um das vielleicht gleich vorneweg zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ich hier sitze und sage, ich weiß, wie es geht und alle anderen machen Mist. Ja, also das ist ja nun wirklich nicht der Fall, obwohl sich manche so verhalten, als würde ich das sagen. Ich denke, dass strukturelle Veränderungen im Journalismus eine ganze Menge ausmachen. Ein Qualitätskriterium ist immer mehr die Schnelligkeit geworden, manchmal halt auch zu Lasten der Gründlichkeit. Also wer zuerst damit rauskommt mit irgendeiner Nachricht, der hat schon mal gewonnen. Das kann unter Umständen nach hinten losgehen, das ist das eine. Die zweite Geschichte ist, wenn es weniger Menschen gibt, die sich mit den Themen befassen können, also weniger Personal, wenn es weniger Geld gibt für viele Dinge, dann sind die Kollegen darauf angewiesen, dass sie sich an Leitmedien orientieren. Und wenn Leitmedien etwas rauspusten, naja, dann geht man schon mal davon aus, das wird wohl seine Richtigkeit haben. Das ist das eine. Dann bin ich ganz fest davon überzeugt, dass eben die Relikte aus dem Kalten Krieg, sprich Freund-Feind-Bilder, dass die nicht so weg sind, wie wir alle dachten. Das hat nicht gereicht, diese kurze Zeit, wenn wir an Gorbatschow denken. Das hat nicht gereicht. Diese Freund-Feind-Bilder sind ganz schnell wieder da, wenn sich in Russland irgendetwas abspielt, was wir im Westen auf Anhieb nicht so verstehen. Und der letzte Punkt dazu, was mich irritiert, ich bekomme sehr, sehr viel Zuspruch von Lesern, von Hörern, von Zuschauern, wo fast in jeder Reaktion darauf abgehoben wird, und ich danke Ihnen für Ihren Mut, dass Sie gegen den Strom schwimmen. Und das ist etwas, finde ich, was es schon zu untersuchen gelte. Woran liegt das, dass in unserer freien, rechtsstaatlich strukturierten Gesellschaft, dass man da offensichtlich Mut braucht, um mal gegen den Strom zu schwimmen? Also irgendwo hakt da was. Ist ja ganz interessant, also in unserem Blog unter www.sr2.de sind schon fünf, sechs Einträge weit vor der Sendung eingegangen, die auch alle Ihnen gratuliert haben zu Ihrem Mut. Und hier sind mehrere Mails eingegangen, wie gesagt, eine einsame Kämpferin sozusagen für die Wahrheit. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist schon so, dass die Leute den Eindruck haben, wir würden hier unter einer Knute arbeiten, was ich so nicht bestätigen kann. Nein, das ist ja auch nicht so. Also das ist ja viel zu einfach. Dinge, die, sagen wir mal, man braucht keine Diktatur und man braucht keine Knute, um nur in einer Richtung zu berichten. Ja, da reicht auch die Schere im Kopf oder da reicht sanfter Druck oder da reicht Gedankenlosigkeit oder da reicht hin und wieder auch historische Dummheit. Das ist ein ganz interessantes Stichwort, denn Sie waren ja schon am 8. September 1991 zu Gast in dieser Sendereihe, damals live von der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Damals hieß das Buch an Russland, muss man einfach glauben. Und es ist für mich erstaunlich, ich habe mir die Sendung nochmal angehört, habe sie auch in den Podcast gestellt, wie aktuell das nach 25 Jahren noch klingt. Denn wir vergessen oft sehr schnell, wie eine Situation historisch gewachsen ist, zum Beispiel eben beim Zerfall der Sowjetunion. Der Zerfall der Sowjetunion hat den Menschen dort ja eine ganze Menge zugemutet. Und ich versuche das, wenn man es kurz und knapp zusammenfassen sollte, immer mit drei Punkten zu erklären. Da haben sich in kürzester Zeit drei Revolutionen gleichzeitig abgespielt. Nämlich auf der einen Seite, also die erste, von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Das sagt sich immer so leicht, wenn man mal versucht, sich da drauf einzulassen, was das für das tägliche Leben bedeutet, für die Existenz der Menschen, wenn alles nur noch chaotischer läuft. Das haben wir gar nicht so in unserem Empfinden oder in unserem Erfahrungsschatz. Das ist das Erste. Das Zweite, bitte nicht zu vergessen, von der Diktatur der kommunistischen Partei, das stand in der Verfassung so, der Führungsanspruch dieser Partei, zu rechtsstaatlichen Strukturen. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Den muss man auch trainieren, üben dürfen, bevor sowas funktioniert. Und der Dritte, auch nicht zu unterschätzen, von der Sowjetunion zum Nationalstaat. Viele haben das damals ja überhaupt nicht als Problem erkannt. Natürlich ist das ein Problem. Hier ist eine Mail-Eingang von Peter Kiefer aus Eppelborn-Wiesbach. Er meint, wäre die EU gut beraten, mit Russland zusammen einen starken europäischen Wirtschaftsmarkt zu bilden, als Gegenpol zum amerikanischen Wirtschaftsmarkt. Und wenn ja, warum gelingt das nicht? Ja, gute Frage. Es hat ja vor Jahren, ich kann es jetzt nicht genau mit der Jahreszahl belegen, aber kann man ja nachgucken, es hat ja vor Jahren schon aus Moskau, nicht aus der EU, aus Brüssel oder aus einer westeuropäischen Hauptstadt, den Vorschlag gegeben, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu formieren, zu formen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu erstellen, von Wladivostok bis Lissabon. Wunderbare Idee. Das hat vor ein paar Monaten jetzt auch Frau Merkel mal aufgegriffen. Natürlich ist das eigentlich das Gebot der Stunde. Und wenn man mal sich nur auf Zahlen kapriziert, der europäische Markt, der EU-Markt ist der größte, der ist auch größer als der amerikanische im Grunde genommen. Wir machen nur so furchtbar wenig draus. Und das ist ja meine These ohnehin von Anfang an. Wenn man in Brüssel auf die Idee gekommen wäre, und es auch durchgezogen hätte, im Vorfeld des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine, Moskau ins Boot zu holen, und zwar nicht Kratzfüßchen zu machen und zu sagen, ist euch das recht? Dummes Zeug. Sondern mit Moskau zusammen zu überlegen, wie man der pleitegegangenen Ukraine helfen kann. Und da muss man nicht besonders intelligent sein, um eins festzustellen, der Ukraine kann nur geholfen werden, wenn sie die wirtschaftlichen Verbindungen Richtung Osten nicht kappt und sich gleichzeitig Richtung Westen öffnen kann. Dieses Sowohl-als-auch, das war die Chance für die Ukraine, wirtschaftlich und mit Blick auf Frieden sowieso. Und dieses sich entscheiden müssen, was ja Herr Barroso damals noch EU-Kommissionspräsident mehrfach wiederholt hat, also ihr müsst euch schon entscheiden in Kiew, wollt ihr nach Osten oder wollt ihr zu uns? Vor diese Alternative zu stellen, damit hat im Grunde das Elend begonnen. Nun sagen viele Leute, die ich auch selbst kenne, darunter auch konservative, sogar amerikanische Staatsbürger, dass wir da eigentlich reinfallen auf eine Strategie der USA, die uns in den Konflikt mit Russland treibt. Walter Dickumeyer aus Neunkirchen zum Beispiel schreibt, auch der Konflikt des Westens mit Russland um die Ukraine ist nicht im Interesse der EU-Staaten, wohl aber im Interesse der USA, denen eine zu große Annäherung Westeuropas, vor allem Deutschlands, an Russland ein Dorn im Auge ist. Ja, ich meine, da muss man ja gar kein Verschwörungstheoretiker sein. Das passiert ja ganz schnell, wenn man in diese Richtung denkt. Da muss man ja nur ganz offizielle amerikanische Papiere lesen. Da muss man ja nur Standardwerke lesen von Menschen, die in den USA was zu sagen haben. Beispielsweise auch der langjährige Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, der hat in seinen diversen Büchern und Statements immer wieder darauf hingewiesen, dass der einzige Konkurrent, der den USA zu schaffen machen könnte, ein funktionierendes Eurasien ist. Es gibt beispielsweise diesen, den Chef von einem amerikanischen Think Tank, Stratfor, George Friedman, als er vor ein paar Monaten sein Buch vorgestellt hat, hat er ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, das amerikanische Interesse ist seit über 100 Jahren eine gute Beziehung zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Also wenn man da mal einen Strich drunter zieht, ganz nüchtern, dann wäre es doch sinnvoll, wenn man die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Länder, geopolitisch, der einzelnen Länder auf den Tisch legt und sagt, amerikanisches Interesse ist offenbar das und das, das Interesse Moskaus ist offenbar das und das, unser Interesse ist dieses und jenes und dass man sich dann sachlich mit den Interessen auseinandersetzt und nicht immer gleich, wenn einem die Argumente ausgeht, dann von Werten an zu erzählen fängt und die einen für gut und die anderen für nicht legitim zu halten. Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio heute mit Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch Russland verstehen. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken, 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Frau Professor Krone-Schmalz, ich habe Ihr Buch gelesen und verstanden, dass Sie Russland-Versteherinnen sind und am Beispiel der Ukraine verstehe ich Ihre Haltung sehr, sehr gut. Nehmen Sie nun an, Sie haben es zu tun mit einem China-Versteher und wir sind 15 Jahre in der Zukunft. Im Süden der ehemaligen Sowjetunion, also im Einflussbereich, hat sich eine Wohlstandsachse längs der neuen Seidenstraße gebildet. Glauben Sie, dass Russland, vorausgesetzt Putin ist noch an der Regierung, die Chance einer europäischen Zusammenarbeit ergreifen wird? Oder glauben Sie eher, dass es bedroht reagieren wird und hegemonial Ansprüche stellen wird? Ich habe bis jetzt relativ erfolgreich verhindert, auf so Fragen antworten zu müssen, die sich weit in die Zukunft richten. Weil ich finde immer, dass wir Journalisten mit den Dingen, die sich jetzt darstellen, wirklich richtig gut beschäftigt sind, statt ins Spekulieren zu geraten. Ich will mich aber nicht drücken. Fakt ist, da habe ich im Übrigen auch in den letzten Jahren immer wieder von Anfang an, von 1991, immer wieder darauf hingewiesen, wenn die Signale aus Moskau, aus Russland Richtung Westen, und die hat es ja gegeben, die hat es ja massiv unter Putin gegeben in seiner ersten Amtszeit, wenn die nicht irgendwann mal substanziell aufgegriffen werden, dann bleibt ja Moskau gar nichts anderes übrig, als sich umzuorientieren. Und jetzt hänge ich mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ich habe nicht den Eindruck, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Russland und China dem Herzenswunsch der meisten Russen und der russischen Regierung entspricht. Sonst hätten die das schon viel früher so angefangen. Ich denke nach wie vor, dass der Herzenswunsch, um bei dem Begriff zu bleiben, dass der eher ist, in der westlichen Wertegemeinschaft, in der westlichen Staatengemeinschaft einfach nur anerkannt zu werden und mit denen eben auch gut zusammenzuarbeiten. Aber da in der Richtung ja offensichtlich niemand so richtig was mit Moskau zu tun haben möchte, wenn die nicht nach unserer Pfeife tanzen, bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Und sie haben vollkommen recht, an der russisch-chinesischen Grenze, da spielt sich sehr, sehr viel ab, was ich mir auch mal wünschen würde in der Berichterstattung, dass man mal guckt, was tut sich denn da im kleinen Grenzverkehr und auch im großen? Welche Interessen hat denn die eine und die andere Seite? Man muss sich ja nicht lieben, um gut zusammenzuarbeiten. Da entgeht uns sicher eine ganze Menge. Und vielleicht abschließend dazu, ich will ja auch nicht zu lange auf die einzelnen Fragen antworten, damit viele durchkommen. Nach meinem Eindruck wäre die EU sehr gut beraten, mit Russland gut zusammenzuarbeiten, weil sonst die EU Gefahr läuft, dass bei den immer weiter aufsteigenden anderen Weltmächten, nehmen Sie China, nehmen Sie Indien, dass die EU wirklich Gefahr läuft, ohne gute Zusammenarbeit mit Russland unter die Räder zu geraten, wirklich zerrieben zu werden. Das sollte man für meine Begriffe auch mal zumindest im Kalkül haben. Aber man muss natürlich historisch noch mal zurückblicken. Der ganze Konflikt ist ja nicht zuletzt entstanden durch die Versuche, mit der Ukraine ein Assoziierungsabkommen zur EU zu machen, was ja im Prinzip eine gute Sache erst mal ist. Aber ich habe dann gelesen, dass in diesem Abkommen der EU, die ja mal eine Wirtschaftsgemeinschaft war früher, von Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit die Rede war. Das hätte ich in diesem Abkommen